Dr. Voyen, eine mysteriöse Figur, stellt ein faszinierendes soziales Experiment vor. Paaren wird die Möglichkeit geboten, 5 Millionen Dollar zu verdienen, indem sie 50 Tage in einem makellosen Raum verbringen, wobei der Preis mit jedem Tag abnimmt. Es gibt keine Kommunikation nach draußen, keine Unterhaltungsmöglichkeiten, nur die Gesellschaft des Anderen. Der Raum selbst bietet eine einfache Umgebung, verspricht jedoch Belohnungen, die mit dem Preisgeld erworben werden können. Die neuesten Teilnehmer sind Mike und Kate, die dieses Experiment als möglichen Weg zum Wohlstand sehen. Für Mike fühlt sich diese Gelegenheit wie ein glücklicher Durchbruch an, ein Weg, um finanzielle Schwierigkeiten zu überwinden. Kate hingegen sieht es als eine Gelegenheit zur Wiedergutmachung, einen zweiten Versuch, um Erfolg zu erlangen. Kate schlägt einen Plan vor, das Preisgeld zu teilen, um möglichen Druck zu mildern, und schlägt vor, es für eine stabile Zukunft anzulegen. Mike lehnt diese Idee jedoch ab und stellt sich ein Leben uneingeschränkter Genüsse vor. Die Key-Stimme wiederholt die Regeln und schafft die Atmosphäre ihrer Gefangenschaft. Bei der ersten Erkundung treffen sie auf die minimalistische, weiße Umgebung, ein Bett, eine Bank, ein einfaches Badezimmer und ein Touchscreen-Panel zur Anforderung von Belohnungen. Das Licht im Raum wechselt, um den Fortschritt der Zeit anzuzeigen, und eine Countdown-Uhr erinnert sie an die abnehmenden Tage. Nahhafte, aber fade Mahlzeiten werden in weißen Behältern serviert. Wechselnde Lichter zeigen Morgen-, Nachmittag-, Abend- und Schlafenszeit an, wobei der Touchscreen auch als Wecker dient. Kates Pragmatismus wird deutlich, als sie einen frühen Wecker stellt, um eine gewisse Routine zu schaffen, während Mike sich einen sorglosen Urlaub vorstellt und ausschlafen möchte. In ihrer ersten Nacht führen Mikes Wünsche zur Intimität, aber Kates Bedenken hinsichtlich Überwachung veranlassen zu einer ruhigen Begegnung unter der Bettdecke. Mit der Zeit wird der Raum zu einer Probe für ihre Wünsche, Ambitionen und Verletzbarkeiten. Mit jedem verstrichenen Tag beeinflusst die Intensität des Countdowns ihre Handlungen. Mit dem Beginn eines neuen Tages betritt Kate morgens das Badezimmer, schaut in den Spiegel und rezitiert Affirmationen, entschlossen, ihre Stimmung und ihren Fokus aufrecht zu erhalten. Es folgt eine Dusche und ihre Kleidung verschwindet in der Wäscherutsche, um durch einfache, aber leicht farbenfrohere Schlafanzüge ersetzt zu werden. Um Langeweile zu vertreiben, spekuliert Kate über Voyens Motive hinter dem Experiment. Mike erzählt von einer Dokumentation, die er über ein früheres Unterfangen des rätselhaften Wissenschaftlers gesehen hat, das für eine Arbeiterfamilie tragisch endete. Voyens Motive bleiben unklar, seine tiefen Taschen treiben einzigartige Experimente an, die von seiner Faszination für die menschliche Erfahrung getrieben werden. Unterhaltung wird schneller zur Herausforderung als erwartet. Kate widmet sich der Meditation, während Mike gelegentlich von der immer präsenten Countdown-Uhr fasziniert ist. Seine philosophischen Gedanken reichen von der Untersuchung der Symbolik der Farbe Weiß bis zur Debatte über die geeignetste Richtung für das Zähneputzen. Kates Erinnerungen, sich auf die Belohnung zu konzentrieren, stehen im Gegensatz zu Mikes Kampf, in ihrer sterilen Umgebung gut zu schlafen. Ihre tägliche Routine mit Affirmationen und Betten machen hält eine gewisse Ordnung aufrecht, und sie ist ein Positivbeispiel für Mike. Während Kate meditiert, beginnt Mike mit Sport und leitet seine Energie in das Laufen um. Das Paar passt sich kreativ an und spielt Handklatschspiele, Marco Polo und spontane Tänze. Schlafanzüge werden ausgetauscht, die Duplikate spiegeln den Originalsatz wieder. Mit der Zeit entdecken sie einen Käfer, der in ihre makellose Welt eingedrungen ist. Mike versucht in einer seltsamen liebenswürdigen Darbietung, ihn zu füttern, nur um von der Ki daran erinnert zu werden, dass Essen ausschließlich für ihren Verzehr gedacht ist. Mikes unerwartete Begegnung mit einem Käfer löst eine Reihe von Debatten und Konfrontationen aus und offenbart die Belastungen ihrer Isolation. Mike, besorgt um das Schicksal des Käfers, sucht einen Weg, ihn ohne Verlassen des Raums freizulassen. Aber die Einfachheit von Kates Erklärung, dass der Lautsprecher nur nach außen überträgt, steht im Widerspruch zu Mikes impulsiver Entscheidung, die Ausgangstaste zu drücken. Es entsteht eine hitzige Auseinandersetzung, da Kate befürchtet, dass sogar das Drücken einer Taste zu einem Verlust führen könnte. Die Meinungsverschiedenheit eskaliert, beide äußern ihre Frustrationen über die Werte und Motive des anderen. Mike wirft Kate mangelndes Mitgefühl für den Käfer vor, was eine breitere Diskussion über ihre unterschiedlichen Überzeugungen auslöst. Kate nennt Mikes Veganismus als Rebellion gegen seine privilegierte Herkunft und suggeriert, dass es eine Taktik sei, sich von seinem wohlhabenden Vater zu distanzieren. Die Spannung erreicht ihren Höhepunkt, als Kate versehentlich auf den Käfer tritt und Mikes Vertrauen und ihre ohnehin schon fragile Beziehung belastet. Mikes Stimmung verschlechtert sich, und er verbringt einen Tag schmollend in einer Ecke. Als sie erkennen, dass ihre Untätigkeit ihren Tribut fordert, beschließt er zu handeln. Er verwendet einen Teil ihres Preisgeldes, um eine einzige grüne Wachsmalstift zu erwerben, ein bescheidenes, aber mächtiges Werkzeug für seine Kunst. Er schmückt die kahlen Wände des Raums und bringt Farbe und Leben in ihre sterile Umgebung. Kate, neugierig, bittet darum, sein Modell zu sein, aber ihre künstlerischen Visionen prallen aufeinander, wenn Mikes unkonventioneller Stil mit Kates Wunsch nach Realismus kollidiert. Während Mikes kreativer Rausch weitergeht, kochen die Spannungen. Die Wachsmalstift hinterlässt grüne Flecken im Badezimmer, was Kates Frustration verstärkt. Trotz der Konflikte finden sie sich in ihrer begrenzten Existenz nach Verständnis. Während die Tage sich in ihrem sich wiederholenden Muster entfalten, nimmt die Isolation des Paares eine düstere Wendung, als sie in ihrem Raum auf eine Waffe stoßen. Das Erscheinen dieser Waffe wirft beunruhigende Fragen auf, und sie beschließen, sie unter dem Bett zu verbergen, eine beunruhigende Erinnerung an ihre Gefangenschaft. Inmitten der Monotonie taucht ein Hauch von Hoffnung mit der Verbindungsdauer auf, einer seltenen Gelegenheit, Nachrichten von ihren Lieben zu erhalten. Eine Nachricht von Mikes Schwester erfüllt ihn mit Glück, enthüllt jedoch auch ein Missverständnis, das darauf hindeutet, dass er und Kate nicht mehr zusammen sind. Während Mike Trost in dieser Verbindung findet, wird Kates Erfahrung düster, als sie ein Video von ihrem Vater ansieht, der jetzt obdachlos ist. Der unerwartete Anblick überwältigt sie, und sie sucht im Badezimmer Schutz, um ihre Emotionen zu verarbeiten. In der Folge dieses emotionalen Aufruhrs fällt Kate in eine tiefe Depression. Mikes Sorge um sie intensiviert sich, als er sieht, wie sie sich vom Leben zurückzieht. Er versucht verschiedene Strategien, um ihre Stimmung zu heben, experimentiert mit seinen Zeichnungen und spielerischen Gesten. Kate bleibt jedoch trotz seiner Bemühungen emotional distanziert. In dem Bestreben, Trost zu spenden, legt er sich zu ihr ins Bett, in der Hoffnung, dass seine Anwesenheit etwas Trost bieten wird. Kates Stille und Verzweiflung werden schließlich durchbrochen, als sie sich Mike gegenüber über ihren Vater öffnet. Sie gesteht die Wahrheit über die Schwierigkeiten ihres Vaters, die Scham, die sie empfand, und die Lügen, die sie erzählte, um seine Realität zu verbergen. Das Geständnis kommt als Befreiung, eine Last von ihrer Brust, und Mike hört ohne Urteil zu und bietet ihr Zuflucht in seinem Verständnis. Mit nur noch zwei Wochen bis zum Ende des Experiments hält Kates Melancholie an und überschattet jeden Versuch, ihre Stimmung wiederzubeleben. Mikes Bemühungen, sie zum Essen zu überreden oder an Aktivitäten teilzunehmen, sind vergeblich, da sie entschlossen ist, das Preisgeld nicht zu gefährden. Mit abnehmenden Tagen steigen die Frustrationen, und der Wendepunkt rückt näher für Mike, als er zugibt, darüber nachzudenken, das Experiment abzubrechen. Das wird zu einem Wendepunkt für Kate, der von neuem Entschlossenheit verleiht, um ihre Depression zu überwinden. Kates Entscheidung bringt sie dazu, Mike zu drängen, seinen zweiten Bonus zu nutzen, selbst wenn es mit erheblichen Kosten verbunden ist. Zu ihrer Überraschung öffnet sich die Tür und enthüllt Simone, eine unerwartete Besucherin, die sich selig der wahren Natur des Experiments nicht bewusst ist. Als Simone in den Raum tritt, ist Kates Unbehagen in ihrer Gegenwart spürbar, insbesondere als Simone Mikes Kunstwerke bewundert und über ihre gemeinsamen Interessen spricht. Die Dynamik zwischen ihnen verändert sich, während der Abend fortschreitet. Das Teilen eines Bettes zwischen den dreien sorgt anfangs für Unbehagen, verwandelt sich jedoch allmählich in eine unbeholfene Kameradschaft. Doch unter der Oberfläche kämpft jeder Charakter mit seinen Unsicherheiten und Ängsten. Kates Versuch, durch Belohnungen und gemeinsame Erlebnisse einen Hauch von Normalität zurückzugewinnen, führt zu einer skurrilen Tanzsession, gekennzeichnet von gemeinsamen Gelächter und kurzen Momenten der Verbindung. Mit fortschreitender Nacht enthüllt die Interaktion zwischen dem Trio ihre Verletzlichkeit und Sehnsüchte, was den Charakteren mehr Tiefe verleiht und ihre Schicksale auf unerwartete Weise miteinander verwebt. Doch die Fröhlichkeit nimmt eine unerwartete Wendung, als Mike eine hallucinatorische Episode erlebt. In eine ALB-Traumvision gestürzt, wird er von Visionen von Blut und einem traumatischen Ereignis mit jemandem namens Sean heimgesucht. Die Frauen eilen herbei, um Mike wieder in die Realität zurückzuholen, und ihre Einheit ist ein Zeugnis für die Bindungen, die sie trotz der Umstände geschlossen haben. In Kates Umarmung findet Mike Trost, und sie führt ihn durch seine Panik, bis der Schlaf ihn erneut ergreift. Als das Experiment seinen Höhepunkt erreicht, drohen die Belastungen der Gefangenschaft und ihre inneren Dämonen das fragile Gleichgewicht zu zerstören, das das Paar gefunden hat. Simones unschuldige Frage zu Mikes Bemerkung enthüllt ein traumatisches Erlebnis aus seiner Vergangenheit. Kate enthüllt, dass Mikes jüngerer Bruder, Sean, während seiner Aufsicht ertrunken ist, eine Schuld, die immer noch schwer auf ihm lastet. Mikes Eingeständnis, zur damaligen Zeit berauscht gewesen zu sein, fügt eine weitere Schicht Schuld hinzu und schafft eine unüberwindliche Barriere in seiner Beziehung zu Kate. In einer Rückblende erinnert sich Kate an den Moment, als sie sich trafen, eine flüchtige, aber bedeutungsvolle Begegnung während eines Regenschauers, die den Funken zwischen ihnen entfachte. Diese Erinnerung an ihre anfängliche Verbindung unterstreicht die tiefe Liebe, die sie geteilt haben, und die Herausforderungen, denen sie seitdem gegenüberstehen. Simones Anwesenheit und Verletzlichkeit lösen Gespräche über Verlust und Trauer aus. Die gemeinsamen Erlebnisse des Trios bilden eine vorübergehende Bindung, die in einem berührenden Moment gipfelt, in dem Simone Mike Trost spendet, indem sie seine Hand hält. Als Kate jedoch ihre Interaktion als Bedrohung für ihre Beziehung missversteht, eskalieren die Spannungen in einen hitzigen Streit. Mikes Intervention trägt nur dazu bei, die Situation weiter zu zersplittern, und es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Kate und Mike. Am Morgen nach Simones Abreise kontrastiert Mikes körperliches Unwohlsein mit Kates emotionaler Distanz. Während die Spannungen hochbleiben, verschärft eine kryptische Nachricht von Simone an der Wand Kates ohnehin schon strapazierte Nerven. Überzeugt davon, dass Mike sie verraten hat, bricht Kates Wut aus und erreicht ihren Höhepunkt, als sie Mike stößt und ihn verletzt. Mikes Bitte, gesehen und verstanden zu werden, halt durch den Raum. Er zählt die Opfer auf, die er für ihre Beziehung gebracht hat, legt seine Hingabe und sein Engagement für Kate offen. Doch der Graben zwischen ihnen vertieft sich, als Kates Eifersucht und Unsicherheit ihre Wahrnehmung trüben. In der Aftermath of their emotional turmoil, Kate und Mike finden sich auf einer Crossroads, der lives forever altert by their harrowing experience in der Immaculate Room. Als der Zeit in diesen sterilen Wahlen dross zu einem Schluss, sie schreien mit dem Gewicht ihrer Vergangenheit und versuchen, einen Weg nach Healing und Redemption zu finden. Kate's remorse for her actions is genuiner and palpable. She continues to offer apologies, knowing that her behavior pushed their relationship to the brink. Mike, wounded both physically and emotionally, forces them to confront a deeper issue, the extent to which their once strong bond has been corroded by the relentless constraints of the experiment. Beneath the surface, frustration simmers as they struggle to reconcile their differing perspectives on their relationship and the role that the promise of money played in their ordeal. Mike's decision to leave the experiment marks a pivotal moment, a recognition that the sterile confines of the room have done more harm than good. Despite Kat's desperate attempt to retain him by brandishing the gun, Mike remains resolute. He steps out of the room, leaving behind the tantalizing possibility of winning the prize and symbolically breaking free from the suffocating grip of their shared past. Moons later, a chance encounter Roynitis, Mike and Kate. The wounds inflicted by their time in the room have not entirely healed, but there is a sense of renewal in their conversation. Kat's enigmatic response about her own exit from the room hints at a personal journey of self-discovery and transformation, suggesting that she, too, has found a way to confront her demons and grow from their experience. In an unexpected gesture of goodwill, Mike and Kate share a walk in a conversation, bridging the gap that had once seemed insurmountable. Their connection, though scarred, endures, and it's clear that they have both been profoundly changed by their extraordinary ordeal. This newfound connection takes a heartwarming turn when Kate makes an anonymous donation that contributes to the betterment of others. A gesture that reflects the capacity for compassion and growth that can emerge from even the darkest of trials.